Wir möchten, dass Mobilität grundsätzlich keinen negativen Fußabdruck in Städten oder auf dem Land hinterlässt. Das heißt, Mobilität muss möglichst CO2-neutral, möglichst geräuschlos sein. Clevershuttle ist Deutschlands grünster und günstigster Fahrdienst. Wir fahren grün, weil wir ausschließlich Elektrofahrzeuge einsetzen und wir fahren günstig, weil wir zum transparenten Festpreis in etwa 40 bis 50 Prozent unterhalb des Taxitarifs liegen. Um Clevershuttle zu nutzen, muss man sich die App runterladen und sagen, wo man ist, wo man hin will und wie viele Plätze man braucht. Dann bekommt man schon ein Angebot mit transparentem Festpreis und wenn man sich dann entschieden hat für die Fahrt, dann kann man in der App beobachten, wo das Shuttle ist und wann ich dann voraussichtlich als Fahrgast am Ziel ankommen werde. Seit unserem Start im Februar vergangenen Jahres wachsen wir insgesamt ungefähr um 23 Prozent pro Monat in Anzahl Fahrten. Und was noch viel wichtiger ist, wir können zeigen, dass das Sharing funktioniert. Also jeden Monat haben wir einen höheren Anteil an geteilten Fahrten und sind da mittlerweile bei 30 Prozent im Durchschnitt angekommen. Das heißt, drei von zehn Fahrten sind tatsächlich geteilte Fahrten mit mindestens zwei Parteien an Bord. Der Karlpfle ist ein whereaboutsmäßig Anlieger und hat ein sich, Und der Führung war ja jetzt nicht einer Gäste – ich konnte die Episodien nicht einmal wissen, Das ist etwa je in die Fabrik fest. Und da muss ich einen Seite noch nicht nach hinten haben. HierWERren vierte Fahrten, die Bord. Ich habe mich noch nicht überwarten, es sich um hilfreich an. Ich habe mich noch nicht überlegt,